Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich komme jetzt mit einem neuen Bericht aus Brüssel und heute zur Agrarpolitik. Und es geht um diesen Herrn, das ist unser Agrarkommissar, Herr Hogan. Herr Hogan hat in einem Interview gesagt, ihm sei gar nicht bekannt, dass es Kritik von Seiten der Umweltschützer an seinem Vorstag zur Neugestellung der gemeinsamen Agrarpolitik gebe. Das hat mich ein wenig verwundert, muss ich sagen, weil alle Umweltverbände üben ganz scharfe Kritik an dieser neuen GAP, weil es in erster Linie wieder nur darum geht, Geld, Direktzahlungen pro Hektar zu verteilen und das Ganze in Sachen Umwelt, Klimaschutz eigentlich wieder nur ein wenig Beiprogramm ist und gar nicht zentraler Punkt einer neuen GAP-Reform. Das passt eigentlich überhaupt nicht mehr in die Zeit. Herr Hogan, das Vorschlag zielt darauf ab, ja, Geld verteilen an die Bauern, hast du einen Hektar, kriegst du Geld, hast du ganz viele Hektar, kriegst du noch mehr Geld. Und ihm ist überhaupt nicht bewusst, dass es darum geht, das Geld tatsächlich für Leistungen zu bezahlen in Richtung Umweltmaßnahmen, für Klimaschutzmaßnahmen. Und was sagt der Kommissar, was da die Lösung ist? Digitalisierung. Das ist eine sehr fragwürdige Antwort, weil Digitalisierung hat im Grunde genommen erstmal gar nichts mit weniger an Pestiziden und Insektiziden zu tun. Wir sind gerade in den Verhandlungen zur neuen GAP mit den anderen Fraktionen. Sehr, sehr harte, sehr zähe Verhandlungen. Und ich kann nur sagen, da sieht man, dass die Konservativen eigentlich nur in die Richtung gehen, das Geld muss an die Bauern verteilt werden und Umweltauflagen sind eher wettbewerbsverzerrend. Ich hoffe, wir haben am Ende die Kraft mit anderen Fraktionen zu erreichen, dass diese Reform eine richtige Reform wird, wo Umweltleistungen im Vordergrund stehen. Angesichts der Klimakatastrophe, angesichts des Verlustes an Biodiversität können wir nicht mehr so weitermachen. Und deshalb auch mein Appell für den Europawahlkampf, nehmt das Thema neue Agrarpolitik ganz zentral wichtig, denn das ist eine Zukunftsentscheidung für Europa. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.